Herzlich Willkommen bei BöseGames, hier ist euer Brakeman und ich zeige euch heute Lemmings, was 1990 auf den Amiga C64 rauskam. Es ist eigentlich, du spielst das Spiel nur mit der Maus, sprich du hast da eben deine Lemmings und kannst sie dann eben ausrüsten mit Regenschirmen, du kannst sie graben lassen, du kannst sie stoppen lassen, du kannst eigentlich alles mögliche mit dem machen, damit sie eben heile alle ins Ziel kommen. Ja, dann wünsche ich viel Spaß dabei, bei den Zuschauern, ich hoffe euch gefällt das und ja, dann fangen wir mal an. Um nochmal dazu zu sagen, das ist mein erstes Lab Show, also ihr könnt ruhig ein bisschen kritisch sein, was meine Umgangssprache angeht oder sonstiges, was euch stört, was man verbessern kann. Also ich speziell, wir richten mich jetzt nur auf alte Spiele, ich mach nicht sowas, was Traki oder Dodo macht, da hab ich auch irgendwie gar keinen Nerv zu. Und da ich eher Nostalgie, Retro, Gibi, Jump Run, 2D Action, das ist mein Ding. Aber nicht lang schnacken, fangen wir an, viel Spaß dabei. So, dann, wenn nix, wir haben nur 10 Gräber, dann lassen wir sie mal graben. Ich hoffe, das wird nicht zu hoch für die, nicht, dass die, wenn sie runterfallen, sterben. Das wäre natürlich nicht so schön. Boah, ganz grobe, spaltet sich ab. Das kann dauern, muss ich da sein. Also ich sag mal, die ersten 10 Level, oder 5, anders. Es kann man sehen, wie ein riesiges Tutorial, je nachdem, wie in diesen ganzen Aktionen hier unten, was sie können. Also damit können sie Wände hochgraben, wenn sie runterfallen, um es zu tief ist, haben sie ihn dann so gesehen, Fallschirm. Du kannst ihn in die Luft jagen lassen, das ist ein Stopper. Der baut Brücken, der gräbt gerade, der gräbt schräge und der gräbt nach unten. Ja, das war das erste Level. So fangen wir gleich mit dem zweiten an. Was man noch zu den Amiga dazu sagen muss, ist, du hattest wirklich ewig lange Ladezeiten. Da hängst du schon deine 10 oder 5 Minuten, bis da irgendwie mal was fertig geladen hat. Und laden. Das ist das, was ich sagte, es dauert ewig. Ihr könnt euch ja auch mal im Internet schlau machen. Und dann schickt ihr mir ein paar, oder bei den Kommis schreibt ihr dann hin, so, oh, das Spiel wollen wir mal sehen. Dann schreibt ihr mir den Namen und dann mache ich das für euch. Dann zeige ich euch mal einen kurzen Einblick da rein. Und schon geht's los mit den zweiten. So, jetzt kommen diese Regenschirme zum Einsatz. Lassen wir gleich mal jeden mit aus. Also, ich zeige euch jetzt die ersten, na gut, vier, fünf Level. Na, passt das. Ich glaube, dann habt ihr genug gesehen. Man kann's auch leider nicht verschnellern irgendwie. Das geht leider nicht. Und da steht auch immer ein Level-Code, den man sich natürlich dann aufschreiben kann. Und wenn man dann aufhört, da es keine Speicherfunktion gab damals, kann man den halt so eingeben, dass man wieder bei dem Level anfängt, wo man aufgehört hat. Und dafür sind halt diese Kurze. Und ab zum nächsten. Oha, hier brauchen wir Stopper. Ersten Stopper gleich hier hin. Ja, die Stopper, die sind dann hinüber. Manchmal muss man welche opfern, um weiterzukommen. Aber ich sag mal, das Spielprinzip ist früher aufgegangen und gehört auch seitdem wir zu den meistverkauften Spielen damals. Da gibt's auch diverse Teile von Special Edition und Gott weiß was. Ja, das ist also schon nicht schlecht. Und wir haben alle raus da oben. Ja, das geht auch. Ja, das geht auch. Und wie gesagt von Level zu Level wird es immer schwieriger. So und jetzt zeige ich euch diesen wunderbaren Knopf hier. Damit könnt ihr alle hochjagen, die auf dem Bildschirm zu sehen sind. Ich persönlich finde es immer ganz lustig. Das war Level 4, jetzt kommt Level 5. Ich bin mal gespannt, was jetzt kommt. Ihr oben habt immer so eine kleine Vorschau, was euch erwartet. Ich bin mal gespannt. Ich bin mal gespannt. Ich bin mal gespannt. Und los geht's. Oha, okay, wir haben... Was haben wir denn hier? Okay, 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 ähm... Ja, wie machen wir das denn? Ah, okay, ich verstehe. Wir müssen Schräge runtergraben, am besten. Und die dann hochkrabbeln lassen. Ja, dann machen wir das doch mal, ne? So, fangen wir zu graben hier. Und rüsten gleich jeden aus, der hier längst kommt. Zum només... Kellan. Scheiße. Ja, ja, da. Nein. Okay. So, ja, genau. boldkrabbeln lassen. vainЧicht. cameş hui. Und wenn du masse warkande schMedlen gelegen wird, die kämpfliche Ahnung mit demcker crises. Das ist alles noch sehr einfach. So, alle sind drin und hiermit verabschiede ich mich von euch. Danke fürs Einschalten und auf Wiedersehen. Euer Brave Man.